Die Leute fragen, was erreicht ihr mit dem Kabarett? Ja, was erreichen wir? 16 Jahre lang haben wir Kabarett gegen Kohl gemacht. Zur Belohnung haben wir Schröder gekriegt. Ist das jetzt das kleinere oder nur das dünnere Übel? Bei Joschka Fischer war es noch schlimmer. Je dünner er wurde, desto dicker wurde das Übel. Aber man gewöhnt sich ja an vieles, meine Damen und Herren. Auch Sie haben sich sicher an die neue Zeitrechnung auf der Welt gewöhnt. Früher teilten wir die Welt doch ein in vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Und jetzt teilen wir die Welt ein in vor den Anschlägen und nach den Anschlägen. Allein dieses Datum, eingegraben ins kollektive Gedächtnis der Menschheit. Den Jahrestag haben wir gerade begehen müssen. Wer kann den Tag jemals vergessen? Der 11. September, ein Dienstag. Der 11. September 1973. Ja, es war auch ein Dienstag, ja. Am 11. September 1973, da wurde Salvador Allende, der im Gegensatz zu Bush demokratisch gewählte Präsident Chiles. Der wurde mit Hilfe einer amerikanischen Terrororganisation namens CIA aus dem Amt geputscht. 3000 tote chilenische Demokraten, unschuldige Menschen. Der damalige Osama Bin Laden hieß Henry Kissinger. Bis heute nicht ergriffen, außer von sich selber. Ersetzt wurde Salvador Allende durch eine amerikafreundliche, faschistische Militärregierung unter Leitung von Augusto Pinochet, ein ausgewiesener Menschenrechtsexperte. Ja, die Amerikaner hatten bei der Auswahl ihrer Stadthalter immer ein geschicktes Händchen. Man kann das nicht anders sagen. Aber ich spüre ja auch hier schon wieder, wie die Kälte auf die Bühne gekrabbelt kommt. Ich weiß, ich weiß, ich hab's auch gelesen. Der Kanzler hat es sogar gesagt. Wir sollen nicht in einen oberflächlichen Anti-Amerikanismus abgleiten. Aber meiner ist gar nicht oberflächlich. Ich hab da auch gar nichts gegen Amerika. Ein wunderschönes Land. Das Problem sind die Menschen, die da leben. Die Gemütsverfassung des Durchschnittsamerikaners jedenfalls ist mir naiv sehr wohlwollend umschrieben. Von der Welt wissen die meisten Amerikaner nicht sehr viel. Viele wissen überhaupt nur eins von der Welt. Wir sind die Guten. Und das ist eine schöne Sache. Denn es geht nicht so weit. Einfaches Weltbild. Das kennen Sie noch aus den Zeiten des Feminismus. Wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag Struktur. Für die Amerikaner war die Welt jahrzehntelang klar überschaubar. Das Reich des Bösen lag im Osten. Die Sowjetunion, der Kommunismus. Das wurde bekämpft. Man hat Bollwerk errichtet auf der ganzen Welt gegen den Kommunismus. Zum Beispiel damals in Persien. Heute ist das der Iran. Da hat man ein Bollwerk errichtet. Man hat einen sympathischen, talentierten jungen Diktator, den Schar von Persien, so lange aufgerüstet, bis der über die viertgrößte Armee der Welt zum damaligen Zeitpunkt verfügte, als Bollwerk gegen den Kommunismus. Um die Armee finanzieren zu können, hat der Schar von Persien in guter amerikanischer Menschenrechtstradition seine eigene Bevölkerung dermaßen unterdrückt geknechtet und ausgebeutet, dass die verzweifelten Perser sich eines Tages hinter einen religiösen Führer gescharrt haben, um diesen Diktator loszuwerden. Der religiöse Führer hieß Ayatollah Khomeini. Da ist jetzt sympathisch nicht das Wort der Wahl. Sie spüren aber schon, wie verzweifelt die Perser gewesen sein müssen. Oder ahnen Sie, das Ausmaß an Verzweiflung, das notwendig wäre, dass Sie sich hinter den Papst stellen, um unsere Regierung loszuwerden. Bleiben wir realistisch, die Verzweiflung der Deutschen waren nicht mal groß genug, um sich hinter Edmund Stoiber zu stellen. Zurück zu dem iranischen Ayatollah. Sie können... Sie können über Khomeini sagen, was Sie wollen. Der Mann hat eine friedliche Revolution organisiert, da ist kein Schuss gefallen. Die verzweifelten Perser sind zu Millionen auf die Straße gegangen, haben demonstriert. Die viertgrößte Armee der Welt hat keinen Schuss abgegeben. Die sind in die Kasernen zurück und der Schar von Persien, zum damaligen Zeitpunkt einer der mächtigsten Diktatoren der Region, musste fliehen. Mit Faradiba, Parkhöfersche von Kohle, ab ins Exil. So viel zum Thema, wie kann man so einen brutalen, mächtigen Diktator überhaupt loswerden? Heutige Diktaturexperten wie Angela Merkel sehen das natürlich anders, meine Damen und Herren. Angela Merkel zitiere ich immer nur wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, Sie zu beleidigen. Angela Merkel hat vor dem Irakkrieg gesagt, ich habe in einer Diktatur gelebt. Ich weiß, Diktatoren sprechen nur die Sprache der Gewalt. Und da habe ich mich geschämt. Ne, ehrlich, wir hätten doch wenigstens versuchen müssen, die DDR gewaltsam zu befreien. Mit ein bisschen Glück wäre uns die Merkel als Kollateralschaden erspart geblieben. Ja, diese Frau sagt inhaltlich nicht viel, aber wenn sie was sagt, dann ist sie doch nichts. Dann Thema Rente, hat sie auch mal aus dem Fenster gehängt. Hat sie gesagt, die Kinderlosen sollen weniger Rente kriegen. Super Idee, klar, ist doch logisch. Am besten gar keine Rente. Wenn sie nicht die Mühe macht, die nächste Generation aufzuziehen, der soll noch keine Rente kriegen. Die Kinder müssen die Rente doch bezahlen. Merkel, bin ich sofort dabei. Wenn wir das konsequent durchziehen, also die, die nur behinderte Kinder zustande kriegen, kriegen auch keine Rente hinterher. Oder? Was ist mit denen, die keine Kinder kriegen können, Merkel? Kommst du da jede Woche gucken, ob die sich auch richtig Mühe geben? Ich weiß, Merkel, zu Ende denken ist nicht deine Stärke. Aber eine letzte Frage, bevor deine Festplatte enggültig abstürzt. Was ist mit denen, die sich vermehren wie die Kanickel, aber zu blöd sind, die Kinder hinterher aufzuziehen? Kriegen die auch keine Rente? Ich wüsste jedenfalls, wenn ich sofort die Rente komplett streichen würde. Das sind die Eltern von Merkel. Wir müssen schon wieder zurück zu Khomeini, meine Damen und Herren. Sie haben jetzt schon eine Routine darin. Der Khomeini hat den Schar von Persien vertrieben. Die Perser waren sauer. Denn die Amerikaner hatten bis zuletzt diesen Diktator unterstützt. Die Amerikaner waren aber auch sauer. Denn die schönen Waffen, die waren jetzt in der Hand von Ayatollah Khomeini. Ein religiöser Fundamentalist. Das ist gar nicht mal so schlimm. Solche Leute hat der Busche auch am Kabinettstisch sitzen. Aber der Khomeini war Moslem. Moslems. Der Iran wurde damals quasi über Nacht vom Bollwerk gegen das Böse zum Reich des Bösen selber. Was entscheiden die Amerikaner nach Tageslage. Jetzt musste das Reich des Bösen wieder bekämpfen werden. Und da haben die Amerikaner gesagt, wer kann das für uns machen. Wir machen das ja ungern selber. Und da haben die auch wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Der wohnte da gleich um die Ecke. Saddam Hussein. Die Amerikaner haben gesagt, Hussein, du bist unser Mann. Wir rüsten dich auf. Du marschierst im Iran ein. Du stoppst die islamistische Revolution von Khomeini. Und die Ölquellen, die du im Iran erobern kannst, die darfst du behalten zur Belohnung. Der Hussein war einverstanden. Denn mit Islam hat der Mann überhaupt nicht sein Hut. Ehrlich nicht. Der Islam ist für den Hussein so interessant wie für den Buch das Christentum. Das ist eine nützliche Sache, als Ideologie ganz praktisch man es einsetzen kann. Aber das interessiert ihn nicht wirklich. Der Hussein und Al-Qaida, da können sie auch Stauberkontakte zur RAF unterstellen. Okay, ich will es nicht beschreien. Ich meine, hat ja alles seine Funktion, sagt man auch immer. Der Hussein jedenfalls hat sich an die Abmachung gehalten. Er ist aufgerüstet worden. Wir übrigens haben ihm ja die ganzen Chemiefabriken hingestellt. Sie kennen die Liste mit den 68 deutschen Firmen, die Saddam Hussein aufgerüstet haben. Und die haben ja vorerst ja auch die Beobachter angeboten, um zu gucken, ob noch alles da war. Hussein ist wie vereinbart über den Iran hergefallen, ist aber nicht weit gekommen. Die blöden Perser haben sich gewehrt. Die Sache zog sich hin. Acht Jahre lang. Acht Jahre lang hat Saddam Hussein versucht, im Iran Fuß zu fassen, Ölquellen zu erobern, mit Hilfe der Amerikaner. Wir waren eine Treibedeutsche. Wir haben beide Seiten schön mit Waffen beliefert. Ohne Deutschland darf ja nie wieder ein Krieg ausgehen. Oder so ähnlich. Nach knapp acht Jahren hat der Hussein gemerkt, ich komme da gar nicht rein. Die Verluste sind zu groß. Er hat sich zurückgezogen in sein eigenes Land. Die Amerikaner haben geschmunzelt. Und da hat der Hussein dann gesagt, wisst ihr was, da hole ich mir die Ölquellen jetzt in Kuwait. Da komme ich viel leichter rein. Schon waren die Amerikaner wieder sauer. Moment mal Freundchen, welches Land überfällt es? Das bestimmen ja wohl noch wir. Millionen von Persern abknallen und Kurden vergasen. Da haben wir keine Probleme mit. Da helfen wir, wo wir können. Aber Kuwait besetzen, da ist Schluss mit lustig. Der Hussein wusste doch gar nicht, was los war. Was hatte der Mann getan? Hatte der sich wirklich verändert? Was hat der denn gemacht? Nichts anderes als vorher. Der hatte sich nur rumgedreht und hatte eine andere Nachbardiktaturüberfall. Aber über Nacht war Saddam Hussein vom Bekämpfer des Bösen zum Schurken des Jahrhunderts mutiert. Auf einmal war der Mann der neue Hitler. Drunter geht es ja gar nicht mehr. Die Spiegel-Essays müssen Sie nochmal nachlesen. Anfang der 90er. Hans Magnus Enzensberger, Wolf Biermann, der neue Hitler. Da können Sie mal sehen, was Alkohol aus Menschen machen kann. Jetzt musste der neue Hitler natürlich wieder bekämpfen. Und da haben die Amerikaner gesagt, Hitler, das ist bei uns Chefsache. Sie haben eine Riesenarmee am Persischen Golf zusammengezogen, von den Kuwaitis sich zu Hilfe rufen lassen. Und diese Armee ist da stationiert seitdem. Und das ist der Affront für die gläubigen Moslems. Allein die Anwesenheit der amerikanischen Soldaten, die Anwesenheit Ungläubiger in den Ländern mit den heiligen Städten des Islam, ist für den gläubigen Moslem ein Affront. Das ist wie für den Katholiken die Stationierung von Taliban im Vatikan. Sie können die Leute für primitiv halten, aber es ist deren Religion. Was haben die amerikanischen Soldaten da verloren? Und was haben westliche Soldaten da verloren? Menschenrechte? Die sagen dazwischen ganz offen, es geht um die Ressourcen. Die neue NATO-Doktrin sagt das ganz offen, meine Damen und Herren. Im Schatten von Gesundheitsreform, Steuerreform und Rentenreform, das sind doch alles Peanuts, wo nächstes Jahr wieder neu verhandelt wird. In diesem Schatten passiert viel Wichtigeres. Die Bundeswehr bekommt eine neue Funktion. Die Bundeswehr, eine reine Verteidigungsarmee, laut Verfassung. Die Bundeswehr schützt unser Land. Früher sagte man immer, die Bundeswehr ist dazu da, an der Grenze den Feind so lange aufzuhalten, bis das Militär kommt. Ist ja nie einer gekommen. 40 Jahre lang bei den Bauchestand, jetzt wollen sie mitmischen. Jetzt gibt es die neue NATO-Doktrin seit Anfang der 90er. Die NATO-Doktrin sagt, NATO-Soldaten, also auch Bundeswehr-Soldaten, dürfen auch außerhalb des Bündnisgebietes eingesetzt werden, wenn der Nachschub unserer Ressourcen gefährdet ist. Machen Sie sich klar, was da passiert. Wir schützen nicht mehr das, was uns gehört. Wir schützen jetzt das, was wir gerne hätten. Früher waren wir ein Volk ohne Raum. Jetzt sind wir ein Volk ohne Ressourcen, oder was? Und der Stammtisch bringt es auf den Punkt. Am Golf geht es um unser Öl. Die Amerikaner schützen unser Öl. Mit derselben Logik hätte der Husi natürlich auch hier seine Tankstellen schützen kommen können. Die Amerikaner haben den Husi zweimal angegriffen und zweimal vernichtend geschlagen. Vor 13 Jahren Papa Bush, erinnert sich noch? Oh, da haben die noch ein Riesenspektakel inszeniert. Da haben die erst noch vier Wochen lang bombardiert. Es ging ja gegen diese riesige irakische Armee. Vier Wochen lang Präzisionsbombardement mit, ah, das mit Abstand intelligent ist dann. Amerika sind ja inzwischen die Waffen. Die können aus, die können aus fünf Kilometer Höhe. Die können aus fünf Kilometer Höhe mit chirurgischer Präzision die Bomben um die Zivilbevölkerung drumherum. Ja, wenn da einer blöd beiseite springt, da kann man jetzt nichts machen. Damals haben die wochenlang bombardiert. Tausende von irakischen Panzerattrappen zerstört. Tatsache, diese Aufblasbaren, diese beärte Use-Panzer. Dann kam der Frontalangriff zu Lande. Angekündigt war damals die größte Panzerschlacht aller Zeiten. Da sind dann 14 amerikanische Soldaten bei gestorben. Ist doch keine Panzerschlacht soweit. Ist doch bei jedem Nebelunfall auf der A61 mehr los. Im ganzen Golfkrieg sind weniger amerikanische Soldaten gestorben, als in Chicago jedes Jahr Menschen auf offener Straße erschossen werden. Und die meisten sind auch von eigenen Kameraden erschossen worden. Alles wie zu Hause. Killed by friendly fire. Diesmal haben sie gar nicht mehr so getan, als wenn sie Gegner wären. Einfach reinmarschiert mit einer kleinen Armee. Einfach schnurstracks reinmarschiert. Das einzige Problem, diesmal war der Nachschub. Die Benzinlaster kamen nicht schnell genug nach, um die Panzer zu betanken. Das war doch kein Krieg, meine Damen und Herren. Das war eine Bestrafungsaktion. Was war denn die große irakische Armee? Die haben Panzer von 1955. Die können den amerikanischen Panzer auf 500 Meter Entfernung zerstören. Die Amerikaner haben die neuesten Panzer. Die können den irakischen Panzer auf 1500 Meter oder 2 Kilometer Entfernung zerstören. Jetzt dürfen Sie mal raten, wer da gewinnt. Da können Sie auch Mike Tyson auf einen Dreijährigen loslassen und sagen, pass auf, der Kleine hat einen schweren linken Haken. Aber der Hussein hat ja die Massenvernichtungswaffen. Tony Blair hat gesagt, innerhalb von einer Dreiviertelstunde kann der alles fit machen und dann greift er die ganze Welt an Massenvernichtungswaffen, überall im Irak. Der Rote Ring um Bagdad, können Sie sich noch erinnern? Teile des amerikanischen Propagandaministeriums. Der Rote Ring um Bagdad, da hieß es, wenn wir jetzt davor stoßen, da kommen die Giftgasangriffe. Der Hussein wird bis zur letzten Patrone kämpfen, der wird sich da verschanzen und nichts ist gekommen. Nicht mal eine kleine Giftgasgranate, gar nichts. Wo sind die Massenvernichtungswaffen? Seit drei Monaten suchen die. Der Putin hat einen schönen Satz gesagt. Der hat gesagt, wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde welche finden. Und wo ist Saddam Hussein? Acht Doppelgänger, die hätten jede Woche einen finden müssen. Die Amerikaner haben den Hussein zweimal besiegt. Nur Papa Bush, der war damals noch clever. Ja sicher, der hat den Hussein an der Macht gelassen. Völlig geschwächt, Flugverbotsung im Norden, im Süden, totales Handelsembargo. Der saß da in seinem kleinen Restirak und durfte sich mit Sunniten, Schiiten und Kurden rumschlagen. Und der Papa Bush wusste ganz genau, ein Schurke im Wandschrank ist für eine Welt, macht eine prima Sache. So in der Hinterhand, super Sache. Wenn es zu Hause nicht so läuft. Wenn die Konjunktur nicht anspringt. Wenn die Praktikantin rumzieht. Man holt den Schurken aus dem Wandschrank, patsch, 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 dann kommt er wieder weg. So auch jetzt, der Kampf gegen den Terrorismus ist militärisch nicht zu gewinnen. Das hat sich inzwischen wieder der letzte Hohlkopf eingesehen. Okay, Rumsfälle und Teile der CDU sind noch über. Militärisch kann man den Terrorismus nicht ausrotten. Die können nicht mal Osama Bin Laden fangen. Aber sie wussten ja noch, wo der Schurke im Wandschrank sitzt, ne? Da holt man immer wieder raus, zack, 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 zack. Bloß jetzt geht der blöde W hin und macht den Wandschrank leer. Ja, jetzt stehen sie da. Wer ist jetzt schuld? Jetzt haben die Syrer Angst, dass sie in den Schrank müssen. Es geht doch um die Freiheit, meine Damen und Herren. Die Freiheit, Sie erinnern sich, Afghanistan war auch von den bösen Russen besetzt. Da haben die Amerikaner gesagt, der Russe muss da raus. Wer kann das für uns machen? Da haben die ja wieder einen sympathischen, jungen Mann gefunden. Osama Bin Laden. Die Amerikaner haben gesagt, Osama, du bist doch unser Mann. Du bist gläubiger Moslem, wir sind gläubiger Christen. Wir bekämpfen die gottlosen Russen gemeinsam. Osama Bin Laden ist finanziert worden, der ist ausgerüstet worden. Das waren keine afghanischen Freiheitskämpfer, die gegen die Russen gekämpft haben. Zumindest nicht größtenteils. Diese Mujahedin sind eine Erfindung der Amerikaner. Die Amerikaner haben 100.000 Söldner, fanatische junge Moslems in den arabischen Ländern angeworben. Zum Teil in amerikanischen Terrorcamps ausgebildet und trainiert und dann nach Afghanistan gebracht. Und da haben die gegen die bösen Russen gekämpft. Zehn Jahre lang hat Osama Bin Laden gegen die Russen 15, die Zahlen schwanke, zwischen 15.000 und 50.000 tote russische Soldaten durch Terroranschläge Osama Bin Laden. Jetzt waren doch Terroranschläge, oder? Frau Merkel, jetzt müssen Sie mir nochmal helfen. Ein Land ist besetzt und eine fanatische Splittergruppe kämpft mit Waffengewalt gegen die Besatzer. Das ist doch Terrorismus, oder? Hamas oder Hamas nicht? Nach heutiger Logik hätten die Russen einfach nur in Washington Regierungsmitglieder liquidieren müssen, um den afghanischen Rebellen den Nachschub abzuschneiden. Aber das hätte sich wahrscheinlich nicht mal der Sharon getraut. Osama Bin Laden hat die Russen vertrieben. Die Amerikaner haben gesagt, super Job, euer Land sieht scheiße aus, das stimmt, aber ist ja euer Land. Man hat die Afghanen im Dreck sitzen lassen. Seit der Zeit sterben jeden Tag zehn afghanische Zivilisten, die auf der Landmine treten. Zehn am Tag, 3056 im Jahr. Wo ist da die jährliche Gedenkfeier? Das können Sie im Fernsehen nicht rüberbringen, kann ich Ihnen gleich sagen. World Trade Center, genial. Zwei Turme, zwei Flugzeuge, patsch, patsch, alle sind entsetzt. Das ist ein Sekundenbruch dann gezeigt. Bis sie gezeigt haben, wie 3000 Afghanen auf der Landmine gelanscht sind. Da haben die Leute umgeschaltet. Das ist doch langweilig. Hohmann, Bier, was soll das jetzt hier? Als die Mujahedin Osama Bin Ladens ihre Brüder und Schwestern in Tschetschenien auch noch befreien wollten, da waren es plötzlich echte Terroristen. Denn längst hatte der Westen sich mit dem Massenmörder Wladimir Putin verbündet. Tschetschenien, das ist Völkermacht, das sind ethnische Säuberungen. Aber das interessiert ja hier gar nicht. Die Amerikaner haben die Mujahedin benutzt, man kann es nicht anders sagen. Sie haben sie benutzt wie Klopapier und hinterher weggeschmissen. Ist aber kein Klopapier Rumsfeld. Es sind Menschen. Und die kommen jetzt zurück und packen genau an den Arsch, in dem sie abgewicht worden sind. Und ich hoffe, Sie alle können eine Erklärung von einer Rechtfertigung unterscheiden. Natürlich waren die Anschläge furchtbar. Ich war doch genauso entsetzt wie alle. Und wie immer, wenn das Entsetzen so groß ist, dass einem wirklich die Worte fehlen, ist gleichzeitig kein Mangel an hohlen Phrasen aus noch hohleren Köpfen. Dieser Tag hat die Welt verändert. Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Das war meine Lieblingsüberschrift aus der Zeit. Nichts wird, die hätten noch schreiben können, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Franz Müntefering, immer für den Scherz gut. Der meinte allen Ernstes, das wäre so eine Globalisierung, wenn auf der Welt was passiert, betrifft uns das hier auch. Klar, Müntefering, ich weiß ja nicht, welche Drogen im Sauerland gereicht werden, aber erinnerst du dich noch, als in Ruanda 1,5 Millionen Hutus von den Tutsis, oder wann umgekehrt, von den Hutzis, Tutsi, Tutsi war der Film. Ja, wissen Sie doch, wer es war? Neger, ne? Ja, das sagen wir nicht mehr, da sind sie pikiert, ne? Neger ist politisch nicht korrekt. Wie viele da verrecken, ist uns egal, aber Neger sagen wir nicht mehr, das ist der Fortschritt. Als in Ruanda 1,5 Millionen Tutsis starben, die sind aus einem Grund gestorben, die UNO-Blauhelden-Truppen haben sich auf Befehl der Amerikaner zurückziehen müssen. Es gab keine Bodenschätze in Ruanda. Als die 1,5 Millionen Menschen starben, Müntefering, weißt du noch, da brach bei uns die Wirtschaft zusammen, ne? Ja, für uns als Exportnation, was das bedeutet haben muss, 1,5 Millionen Konsumenten auf einen Schlag weg, wenn schon 3.000 Tote im World Trade Center am nächsten Tag alle deutschen Firmen um 30% den Wert abstürzen lassen können. Aber ich glaube, da sehen Sie schon gleich, Sie können 3.000 Amerikaner nicht mit 1,5 Millionen Ruanda gleichsetzen. Das dürfen Sie nicht mengenmäßig versuchen. Sie müssen das qualitativ einschätzen lernen. In Südafrika zum Beispiel sterben jedes Jahr eine Million Menschen an Aids. Jedes Jahr. Man kann die alle ziemlich lange inzwischen am Leben halten, die Medikamente sind da. Die sind aber so teuer, die können sich kein Südafrikaner leisten. Da hat die südafrikanische Regierung gesagt, wir machen das so, wir stellen das alles selber her. Wir brauchen nur die Lizenz und die Erlaubnis. Wir machen alles selber und geben die zum Selbstkostenpreis ab an unsere Leute. Da hat dann George W. Bush damals, vermutlich im Namen der Firmen, die ihm die Präsidentschaft gekauft haben, gesagt, Bush hat gesagt, das täte ihm leid, aber das verstößt sie gegen die Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Das müssen Sie übers Bett hängen, meine Damen und Herren. Das Credo des christlichen Abendlandes, das Überleben von Unterprivilegierten, verstößt gegen die Prinzipien des freien Abendlandes. Gegen die Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Wenn aber fünf Amerikaner an Milzbrand erkranken, weil ein durchgeknallter amerikanischer Militärwissenschaftler seine Forschungen unbedingt in meiner Praxis ausprobieren wollte, da musste die Firma Bayer sofort das Patent für das Milzbrandmedikament rausrücken. Es gab nur ein einziges Medikament gegen Milzbrand auf der ganzen Welt. Die haben sich die Hände gerieben in Leverkusen und da haben die Amis gesagt, Patent? Die Komiker vom Reine. Das Patent können wir vergessen. Das heben wir morgen auf. Oder ihr verkauft das Medikament ab sofort zu dem Preis, den wir euch jetzt hier vorschlagen. Bayer hat kurz verhandelt, hat den Preis drastisch gesendt. Freie Marktwirtschaft, wissen Sie, was das heißt? Das heißt, dass fünf Amerikaner zehnmal so wertvoll sind wie eine Million Südafrikaner. Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Okay, der Rumsverliss ist der Stinkmorschel. Aber der... Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Wir Europäer sind vielleicht noch Gänseblümchen. Der Rest ist alles Unkott, den können Sie vergessen. Schütten Sie mal einem Amerikaner und heißen einen Kaffee über die Hose. Sie haben einen Prozess am Hals, da werden Sie Ihres Lebens nie wieder froh. Die Kinder werden Sie noch verklagen, weil die mit einem traumatisierten Vater aufwachsen müssen. Wenn aber so eine amerikanische Friedenskampfbombe-Erhaltungsstaffel in Afghanistan Patrouille fliegt. Und sagen wir mal, in einem afghanischen Bergdorf feiert jemand Hochzeit. Und es ist gute afghanische Tradition, bei der Hochzeit ein paar Salutschüsse abzulassen. Und es ist gute amerikanische Tradition, Salutschüsse sofort freundlich zu erwidern. Dann sagt die amerikanische Regierung am nächsten Morgen mit Britney Spears, ups, we did it again, und zahlt für jeden toten afghanischen Zivilisten 200 US-Dollar Entschädigung. Der offizielle Kurs für toten Afghanen sind 200 Dollar. Ich weiß nicht, was 100 Gramm schwarze Afghanen im Augenblick auf den Markt bringen. Aber Sie, Sie können mal überschlagen, wie viele Afghanen Sie abknallen können, bevor Sie einem Amerikaner in heißen Kaffee mit der Hose schicken. Bei uns war die Hölle los nach den Anschlägen. Der Kanzler oder jemand aus der Regierung rief, jetzt sind wir alle Amerikaner. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe schon Probleme genug, damit Deutscher zu sein. Dann kam das Geschwafel von der uneingeschränkten Solidarität. Und immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Merkel her. Sie hat wieder einen draufgesetzt. Angela Merkel, die in diesem Frühjahr versucht hat, Karriere als Buschzäpfchen zu machen. Sie hat kurz nach den Anschlägen damals auf einer Pressekonferenz wörtlich gesagt, Solidarität heißt, im Zweifelsfall zu allem bereit zu sein. Ja Merkel, das bist du. Zu allem bereit und zu nichts in der Lage. Zu allem bereit. Ami, Befehl, ich folge dir, oder was? Früher hieß das Helm ab zum Gebet, heute heißt es Hirn ab zur Solidarität. Das, meine Damen und Herren, ist das Schlimmste für mich überhaupt an der ganzen Situation. Al-Qaida, die grausamsten, die brutalsten, die perversesten Verbrecher aller Zeiten, treffen auf die dümmsten Politiker aller Zeiten. An der Spitze dieser amerikanische Präsident, ein Mann, der ohne Berater nicht mal eine Brezel essen kann. Wer steckt da wirklich hinter? Wer macht da in Amerika diese neue Weltmachtspolitik? Doch nicht der Busch. Der hat da von der Welt keinen Plan. Der war doch stock sauer, dass man Afghanistan nicht mit Schiffen angreifen konnte. Der Busch ist die mit Abstand billigste Marionette, die die amerikanische Öl- und Rüstungsindustrie sich jemals als Präsident gehalten hat. Das ist eine Witzfigur. Die Amerikaner haben sich acht Monate lang schlapp gelacht nach der Wahl bei diesem neuen Präsidenten. Ein Clown aus der Provinz. Eine reine Witzfigur. Er wollte es ja einiger gar nicht werden. Nein, nein, er muss es werden. Er ist halt der Sohn der stinkreichen Dynastie Busch. Ein Soziologe aus Amerika schrieb, er hat die besten Schulen unseres Landes besucht, es ist nichts bei ihm hängen geblieben. Seine Vorfahren, das waren starke Männer. Urgroßvater Busch, Prescott Busch, kennen Sie den? Wissen Sie, wie der sein Geld gemacht hat? Der hat die Nazis mit Waffen versorgt. Wird offenbar der nächste Film von Michael Moore. Das ist The American Way of Life. Die verdienen an jedem Schoken auf der Welt zweimal. Die rüsten ihn immer erst auf und dann rüsten sie den wieder ab. Die Amerikaner sind wie ein Glaser, der nachts durch die Stadt läuft Scheiben einschmeißt und am nächsten Morgen rumläuft und Hilfe anbietet. W wollte eigentlich in Ruhe gelassen werden. George W. Bush hat die ersten 35 Jahre seines Lebens eine schöne Karriere als Alkoholiker hingelegt. Dann haben sie ihn trocken gelegt, wenn die Familie Bush brauchte einen neuen Präsidentschaftskandidaten. Papa Bush hatte die Wiederwahl versemmelt. Es musste schneller ein neuer her. Eigentlich sollte der kleine Bruder Jepp, der sollte der nächste Präsident werden. Der ist cleverer als der W. Das ist der Gouverneur in Florida. Der hat da die Wahlen gefälscht. Aber umgekehrt wäre es ja auch gar nicht gegangen. W. ist trockengelegt worden. Man hat einen Geschäftsmann aus ihm gemacht. Und die einzigen Geschäfte, die er je gemacht hat, erfolgreich sind Aktieninsidergeschäfte. George W. Bush ist ein Wirtschaftskrimineller. Nach heutigen Gesetzen selbst im Gefängnis. Das wissen die Amerikaner auch, da laufen Klagen. Das wird nur Ewigkeiten dauern, bis die Unterlagen rausgerückt werden. Davon versucht der Bush abzulenken. Genauso wie von seinen ganzen Wirtschaftsproblemen. Amerika ist pleite. Der Mittelstand drohe, die Armut abzurutschen. Betrügerische Änderung pleite. 500.000 Amerikaner haben ihre komplette Altersvorsorge verloren. Das habe Kapitän Bush mit denen Geschäfte gemacht, bis zuletzt. Davon müssen die ablenken. Da braucht man einen Feind von außen. Wenn das Volk frustriert ist, braucht man einen Feind von außen, um es zusammenzuschweißen. Das hat die Thatcher damals auch gemacht. Können Sie sich erinnern? Die hat England ruiniert und kurz vor ihrem Sturz den Falklandkrieg angezettelt. Eine Insel mit zwei Türmen und vier Schafen. Und das ist das, was Hertha Dörbler-Gremlin damals an dem Abend versucht hat, zu erklären. Hertha Dörbler-Gremlin hat gesagt, ich habe die immer so genannt, vom ersten Tag an. Hertha Dörbler-Gremlin hat gesagt, der Bush versucht abzulecken von innenpolitischen Schwierigkeiten. Das hat die Fetscher auch gemacht, der Vergleich mit Hitler. Der war natürlich Schwachsinn. Mann, Mann, Hertha, hast doch kein Hitler, der Bush. Und es musste damit gerechnet werden, dass einer den Bush erklären würde, wer Hitler war. Viel schlimmer fand ich, wie Hertha Dörbler-Gremlin drei Tage später versucht hat, ihren Job zu retten. Da saß sie auf der Bundespressekonferenz in ihrem klassischen sozialdemokratischen Rückgrat. Da können Sie prima Bungee-Springen mit veranstalten. Da saß sie da und schleimte meinen Fernseher zu. Der hat sich bis heute nicht wieder erholt, meine Damen und Herren. Nein, sie habe das so alles gar nicht gesagt. Und wenn sie das gesagt haben, haben sie das so nicht gemeint. Und überhaupt, sie haben so eine große Achtung vor dem wunderbaren Charakter und den großartigen Leistungen dieses amerikanischen Präsidenten. Ich bin gar nicht mehr schnell genug bis zum Klo gekommen. Bush ist kein Hitler. Wenn Sie schon einen Vergleich brauchen, im besten Falle ist es ein Lübcke. Wie blöd er wirklich ist, weiß man gar nicht, weil er seine eigenen Gedanken gar nicht in eigene Sätze formulieren kann. Das ist ein größeres Problem. Er kann nicht frei sprechen. Das ist nun mal so. Er kann nicht frei sprechen. Die Amerikaner wissen das auch. Bushisms. Ganze Sprüchesammlung mit Sprüchen von Bush. Deshalb haben die den die ersten 24 Stunden nach den Anschlägen nur durch die Gegend geflogen. Damit der nicht einfach irgendwo was erzählt. Da muss erst eine Rede geschrieben werden. Der liest alles vom Teleprompter ab. Sonst kommt er mit Sprüchen wie, mehr und mehr unserer Importe kommen aus dem Ausland. Sie beginnen zu ahnen, warum die Merkel den so toll findet. George W. Feldbusch müsste man den nennen. Natürlich, meine Damen und Herren, hat sich das eine oder andere bei uns tatsächlich verändert. Auch in Deutschland, nach den Anschlägen, es hat sich was verändert. Ja? Wir Deutschen. Normalerweise sind wir ja ein Volk von 80 Millionen Fußball-Experten und potenziellen Bundestrainer. Und damals wurden wir quasi über Nacht zu einem Volk von 80 Millionen Islam-Experten und potenziellen Antiterrorspezialisten. Und die große Frage ist, wie unterscheide ich den friedlichen Muselmann vom gemeingefährlichen islamistischen Terroristen? Das Tragen von Kopftüchern und langen Bärten hat sich nicht als gutes Unterscheidungsmerkmal herausgestellt. Schon war der Verfassungsschutz völlig überfordert. Wie? Die haben die Bärte abgemacht, dann können wir sie nicht mehr finden. Woran erkennen Sie einen Terroristen? NPD-Funktionäre erkennen Sie leicht am Gehaltscheck vom Verfassungsschutz. Aber woran erkennen Sie den Terroristen? Mohamed Atta, die Terrorbestie, war genau das, was sich Roland Koch unter einem perfekt integrierten Ausländer vorstellt. Der sprach wesentlich besser Deutsch als laut der PISA-Studie zwei Drittel unserer deutschen Schüler. Der hat sogar seine GEZ-Gebühren bezahlt. Da wissen Sie nicht mal, was das ist, ne? Der hat seine GEZ-Gebühren bezahlt, als Student. Sofort wurden die Kriterien für die Rastaufwarnung verändert. Es musste was passieren, oder? Wir alle sind da bedroht durch den islamistischen Terror. Spüren Sie diese Bedrohung nicht. Wie viele Deutsche sind im Kampf gegen den islamistischen Terror schon gestorben? Allein die Raucher. Die finanzieren das ja alles. Extra Tabaksteueraufschlag. Januar 2002. Extra? Gegen den Terrorismus. Drei Milliarden Euro kratzen die Raucher sich jedes Jahr aus ihren Lungen im Kampf gegen den Terrorismus. Die Zigaretten die Welt. Man ist schon froh, dass wir der Flut nicht auf die Trinker zurückgegriffen haben. 100.000 Deutsche starben jedes Jahr in den Folgen von Rauchen. 50.000 starben in den Folgen von Saufen. 5.000, 6.000 starben im Straßenverkehr. 15.000 durch Ärztefusch. Jedes Jahr. Da muss ein Al-Qaida-Kämpfer aber lang dran stricken. Gehen Sie mal davon aus, der Besuch so manchen deutschen Krankenhauses ist gefährlicher als eine Abenteuerreise in der Sahara. Aber was sind all diese Toten, meine Damen und Herren? Was sind all diese Toten im Vergleich mit der bedrohenden islamistischen Terror? Denn das ist der deutsche Albtraum. 30 Jahre lang nicht rauchen und dann beim Terroranschlag ins Leben zu kommen. Das ist der Albtraum. Und deshalb... Deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden. Der bayerische Innenminister Fort Beckstein, der fordert bis heute die Aufnahme vom Fingerabdrück in den Personalausweis. Und Chile hat gesagt, wir sollen es nicht anstellen. Die Spanier hätten das seit über 30 Jahren. Stimmt, das hat der General Franco wohl noch eingeführt. Chilis großes Vorbild. In Spanien ist es blöd gelaufen. Ich gebe es ja zu. Ein Diktator hat den Fingerabdruck eingeführt. Es ist der Demokratie in die Hände gefallen. Chile und Beckstein machen das Sicherheitshaber lieber umgekehrt. Und wenn wir erstmal alle den Fingerabdruck im Personalausweis haben, meine Damen und Herren, dann fühlen wir uns doch sicher, oder? Ich wette mit Ihnen, dann haben wir genauso wenig Terroranschläge wie die Spanier. Schönen Abend da. Nun aufzuziehen, der soll noch keine Rente kriegen. Die Kinder müssen die Rente doch bezahlen. Merkel, bin ich sofort dabei. Wenn wir das konsequent durchziehen, also die, die nur behinderte Kinder zustande kriegen, kriegen auch keine Rente hinterher, oder? Was ist mit denen, die keine Kinder kriegen können, Merkel? Kommst du da jede Woche gucken, ob die sich auch richtig Mühe geben, oder? Ich weiß, Merkel, zu Ende denken ist nicht deine Stärke. Aber eine letzte Frage, bevor deine Festplatte enggültig abstürzt. Was ist mit denen, die sich vermehren wie die Kanickel, aber zu blöd sind, die Kinder hinterher aufzuziehen? Kriegen die auch keine Rente? Ich wüsste jedenfalls, wenn ich sofort die Rente komplett streichen würde. Das sind die Eltern von Merkel. Wir müssen schon wieder zurück zu Khomeini, meine Damen und Herren. Sie haben jetzt schon eine Routine darin. Der Khomeini hat den Schar von Persien vertrieben. Die Perser waren sauer. Denn die Amerikaner hatten bis zuletzt diesen Diktator unterstützt. Die Amerikaner waren aber auch sauer. Denn die schönen Waffen, die waren jetzt in der Hand von Ayatollah Khomeini. Ein religiöser Fundamentalist. Das ist gar nicht mal so schlimm. Solche Leute, da hat der Bush ja auch am Kabinettstisch sitzen. Aber der Khomeini war Moslem. Moslems. Menschen, die ihre Religion ernst nehmen. Für Katholiken unvorstellbar. Der Iran wurde damals quasi über Nacht vom Bollwerk gegen das Böse zum Reich des Bösen selber. Was entscheiden die Amerikaner nach Tageslager. Jetzt wusste das Reich des Bösen wieder bekämpft werden. Und da haben die Amerikaner gesagt, wer kann das für uns machen. Wir machen das ja ungern selber. Und da haben die auch wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Der wohnte da gleich um die Ecke. Saddam Hussein. Die Amerikaner haben gesagt, Hussein, du bist unser Mann. Wir rüsten dich auf. Du marschierst im Iran ein. Du stoppst die islamistische Revolution von Khomeini. Und die Ölquellen, die du im Iran erobern kannst, die darfst du behalten zur Belohnung. Der Hussein war einverstanden. Denn mit Islam hat der Mann überhaupt nicht er Wut. Ehrlich nicht. Der Islam ist für den Hussein so interessant wie für den Buch das Christentum. Das ist eine nützliche Sache, als Ideologie ganz praktisch man es einsetzen kann. Aber das interessiert den nicht wirklich. Der Hussein und Al-Qaida, da können sie auch Stauberkontakte zur RAF unterstellen. Okay, ich will es nicht beschreien. Ich meine, hat ja alles seine Funktion, sagt man auch immer. Der Hussein jedenfalls hat sich an die Abmachung gehalten. Er ist aufgerüstet worden. Wir übrigens haben ihm ja die ganzen Chemieverrücken hingestellt. Sie kennen die Liste mit den 68 deutschen Firmen, die Saddam Hussein aufgerüstet haben. Und die haben ja vorher ist ja auch die Beobachter angeboten, um zu gucken, ob da alles da war. Hussein ist wie vereinbart über den Iran hergefallen. Ist aber nicht weit gekommen. Die blöden Perser haben sich gewehrt. Die Sache zog sich hin. Acht Jahre lang. Acht Jahre lang hat Saddam Hussein versucht, im Iran Fuß zu fassen, Ölquellen zu erobern, mit Hilfe der Amerikaner. Wir waren der Treibedeutsche. Wir haben beide Seiten schön mit Waffen beliefert. Ohne Deutschland darf ja nie wieder ein Krieg ausgehen. Oder so ähnlich. Nach knapp acht Jahren hat der Hussein gemerkt, ich komme da gar nicht rein. Die Verluste sind zu groß. Er hat sich zurückgezogen in sein eigenes Land. Die Amerikaner haben geschmunzelt. Und da hat der Hussein dann gesagt, wisst ihr was, da hole ich mir die Ölquellen jetzt in Kuwait, da komme ich viel leichter rein. Schon waren die Amerikaner wieder sauer. Moment mal Freundchen, welches Land überfällt, das bestimmen ja wohl nach wir. Millionen von Persern abknallen und Kurden vergasen, da haben wir keine Probleme mit, da helfen wir, wo wir können. Aber Kuwait besetzen, da ist Schluss mit lustig. Der Hussein wusste doch gar nicht, was los war. Was hatte der Mann getan? Hatte der sich wirklich verändert? Was hat der denn gemacht? Nichts anderes als vorher. Der hatte sich nur rumgedreht und hatte eine andere Nachbardiktatur überfallen. Aber über Nacht war Saddam Hussein vom Bekämpfer des Bösen zum Schurken des Jahrhunderts mutiert. Auf einmal war der Mann der neue Hitler. Drunter geht es ja gar nicht mehr. Die Spiegel-Essays müssen Sie noch mal nachlesen. Anfang der 90er. Hans Magnus Enzensberger, Wolf Biermann, der neue Hitler. Da können Sie mal sehen, was Alkohol aus Menschen machen kann. Jetzt musste der neue Hitler natürlich wieder bekämpfen. Und da haben die Amerikaner gesagt, Hitler, das ist bei uns Chefsache. Sie haben eine Riesenarmee am Persischen Golf zusammengezogen. Von den Kuwaitis sich zu Hilfe rufen lassen. Und diese Armee ist da stationiert seitdem. Und das ist der Affront für die gläubigen Moslems. Allein die Anwesenheit der amerikanischen Soldaten, die Anwesenheit Ungläubiger in den Ländern mit den heiligen Städten des Islam, ist für den gläubigen Moslem ein Affront. Das ist wie für den Katholiken die Stationierung von Taliban im Vatikan. Sie können die Leute für primitiv halten, aber es ist deren Religion. Was haben die amerikanischen Soldaten da verloren? Was haben westliche Soldaten da verloren? Menschenrechte? Die sagen dazwischen ganz offen, es geht um die Ressourcen. Die neue NATO-Doktrin sagt das ganz offen, meine Damen und Herren. Im Schatten von Gesundheitsreform, Steuerreform und Rentenreform, das sind doch alles Peanuts, wo nächstes Jahr wieder neu verhandelt wird. In diesem Schatten passiert viel Wichtigeres. Die Bundeswehr bekommt eine neue Funktion. Die Bundeswehr eine reine Verteidigungsarmee, laut Verfassung. Die Bundeswehr schützt unser Land. Früher sagte man immer, die Bundeswehr ist dazu da, an der Grenze den Feind so lange aufzuhalten, bis das Militär kommt. Ist ja nie einer gekommen. 40 Jahre lang bei einem Wochenstand, jetzt wollen sie mitmischen. Jetzt gibt es die neue NATO-Doktrin, seit Anfang der 90er. Die NATO-Doktrin sagt, NATO-Soldaten, also auch Bundeswehrsoldaten, dürfen auch außerhalb des Bündnisgebietes eingesetzt werden, wenn der Nachschub unserer Ressourcen... Frau Merkel, jetzt müssen Sie mir nochmal helfen. Ein Land ist besetzt und eine fanatische Splittergruppe kämpft mit Waffengewalt gegen die Besatzer. Das ist doch Terrorismus, oder? Hamas oder Hamas nicht? Nach heutiger Logik hätten die Russen einfach nur in Washington Regierungsmitglieder liquidieren müssen, um den afghanischen Rebellen den Nachschub abzuschneiden. Aber das hätte sich wahrscheinlich nicht mal der Sharon getraut. Osama Bin Laden hat die Russen vertrieben. Die Amerikaner haben gesagt, super Job, euer Land sieht scheiße aus, das stimmt, aber ist ja euer Land. Man hat die Afghanen im Dreck sitzen lassen. Seit der Zeit sterben jeden Tag zehn afghanische Zivilisten, die auf der Landmine treten. Zehn am Tag, 3650 im Jahr. Wo ist da die jährliche Gedenkfeier? Können Sie im Fernsehen nicht rüberbringen, kann ich Ihnen gleich sagen. World Trade Center, genial. Zwei Turme, zwei Flugzeuge, patsch, patsch. Alle sind entsetzt. Das ist ein Sekundenbruchteil gezeigt. Bis sie gezeigt haben, wie 3000 Afghanen auf der Landmine gelatscht sind. Da haben die Leute umgeschaltet. Das ist doch langweilig. Hohmann Bier, was soll das jetzt hier? Als die Mujahedin Osama Bin Ladens ihre Brüder und Schwestern in Tschetschenien auch noch befreien wollten, da waren es plötzlich echte Terroristen. Denn längst hatte der Westen sich mit dem Massenmörder Wladimir Putin verbündet. Tschetschenien, das ist Völkermacht. Das sind ethnische Säuberungen. Aber das interessiert ja hier gar nicht. Die Amerikaner haben die Mujahedin benutzt. Man kann es nicht anders sagen. Sie haben sie benutzt wie Klopapier und hinterher weggeschmissen. Ist aber kein Klopapier Rumsfeld. Es sind Menschen. Und die kommen jetzt zurück und packen genau an den Arsch, in dem sie abgewicht worden sind. Und ich hoffe, Sie alle können eine Erklärung von einer Rechtfertigung unterscheiden. Natürlich waren die Anschläge furchtbar. Ich war doch genauso entsetzt wie alle. Und wie immer, wenn das Entsetzen so groß ist, dass einem wirklich die Worte fehlen, ist gleichzeitig kein Mangel an hohlen Phrasen aus noch hohleren Köpfen. Dieser Tag hat die Welt verändert. Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Das war meine Lieblingsüberschrift aus der Zeit. Nichts wird, die hätten noch schreiben können, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Franz Müntefering, immer für den Scherz gut. Der meinte allen Ernstes, das wäre so eine Globalisierung. Wenn auf der Welt was passiert, betrifft uns das hier auch. Klar, Müntefering. Ich weiß ja nicht, welche Drogen im Sauerland gereicht werden. Aber erinnerst du dich noch, als in Ruanda 1,5 Millionen Hutus für den Tuttis oder wann umgekehrt? Tutsi? Tutsi war der Film. Ja, wissen Sie doch, wer es war? Neger, ne? Ja. Ja, das sagen wir nicht mehr, da sind sie pikiert, ne? Neger ist politisch nicht korrekt. Wie viele da verrecken, ist uns egal. Aber Neger sagen wir nicht mehr, das ist der Fortschritt. Als in Ruanda 1,5 Millionen Tutsis starben, die sind aus einem Grund gestorben. Die UNO-Blauhelden-Truppen haben sie auf Befehl der Amerikaner zurückziehen müssen. Es gab keine Bodenschätze in Ruanda. Als die 1,5 Millionen Menschen starben, Müntefering, weißt du noch, da brach bei uns die Wirtschaft zusammen, ne? Ja, für uns als Exportnation, was das bedeutet haben muss, 1,5 Millionen Konsumenten auf einen Schlag weg. Wenn schon 3.000 Tote im World Trade Center am nächsten Tag alle deutschen Firmen um 30% den Wert abstürzen lassen können. Aber ich glaube, da sehen Sie schon gleich, Sie können 3.000 Amerikaner nicht mit 1,5 Millionen Ruanda gleichsetzen. Das dürfen Sie nicht mengenmäßig versuchen, Sie müssen das qualitativ einschätzen lernen. In Südafrika zum Beispiel sterben jedes Jahr eine Million Menschen an Aids. Jedes Jahr. Man kann die alle ziemlich lange inzwischen am Leben halten, die Medikamente sind da. Die sind aber so teuer, die können sich kein Südafrikaner leisten. Da hat die südafrikanische Regierung gesagt, wir machen das so, wir stellen das alles selber her. Wir brauchen nur die Lizenz und die Erlaubnis. Wir machen alles selber und geben die zum Selbstkostenpreis ab an unsere Leute. Da hat dann George W. Bush damals, vermutlich im Namen der Firmen, die ihm die Präsidentschaft gekauft haben, gesagt, dass... Bush hat gesagt, das täte ihm leid, aber das verstießt sie gegen die Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Das müssen Sie übers Bett hängen, meine Damen und Herren. Das Credo des christlichen Abendlandes, das Überleben von Unterprivilegierten, verstößt gegen die Prinzipien des freien Abendlandes. Gegen die Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Wenn aber fünf Amerikaner an Milzbrand erkranken, weil ein durchgeknallter amerikanischer Militärwissenschaftler seine Forschungen unbedingt in meiner Praxis ausprobieren wollte, da musste die Firma Bayer sofort das Patent für das Milzbrandmedikament rausrücken. Es gab nur ein einziges Medikament gegen Milzbrand auf der ganzen Welt. Die haben sich die Hände gerieben in Leverkusen und da haben die Amis gesagt, Patent? Die Komiker vom Rhein. Das Patent können wir vergessen. Das heben wir morgen auf. Oder ihr verkauft das Medikament ab sofort zu dem Preis, den wir euch jetzt hier vorschlagen. Bayer hat kurz verhandelt, hat den Preis drastisch gesendet. Freie Marktwirtschaft. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, dass fünf Amerikaner zehnmal so wertvoll sind wie eine Million Südafrikaner. Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Okay, der Rumsverliss ist der Stinkmorschel. Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Wir Europäer sind vielleicht noch Gänseblümchen. Der Rest ist alles Unkott. Das können Sie vergessen. Schütten Sie mal einem Amerikaner einen heißen Kaffee über die Hose. Sie haben einen Prozess am Hals, da werden Sie Ihres Lebens nie wieder froh. Gefährdet ist. Machen Sie sich klar, was da passiert. Wir schützen nicht mehr das, was uns gehört. Wir schützen jetzt das, was wir gerne hätten. Früher waren wir ein Volk ohne Raum. Jetzt sind wir ein Volk ohne Ressourcen oder was? Und der Stammtisch bringt es auf den Punkt. Am Golf geht es um unser Öl. Die Amerikaner schützen unser Öl. Mit derselben Logik hätte der Hussein natürlich auch hier seine Tankstellen schützen kommen können. Die Amerikaner haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal vernichtend geschlagen. Vor 13 Jahren Papa Busch, erinnert sich noch? Oh, da haben die noch ein Riesenspektakel inszeniert. Da haben die erst noch vier Wochen lang bombardiert. Es ging ja gegen diese riesige irakische Armee. Vier Wochen lang Präzisionsbombardement mit, ah, das mit Abstand intelligent ist dann. Amerika sind ja inzwischen die Waffen. Die können aus, die können aus fünf Kilometer Höhe. Die können aus fünf Kilometer Höhe mit chirurgischer Präzision die Bomben um die Zivilbevölkerung drumherum. Ja, wenn da einer blöd beiseite springt, da kann man jetzt nichts machen. Damals haben die wochenlang bombardiert, tausende von irakischen Panzerattrappen zerstört. Tatsache, diese Aufblasbaren, diese beehrte Use-Panzer. Dann kam der Frontalangriff zu Lande. Angekündigt war damals die größte Panzerschlacht aller Zeiten. Da sind dann 14 amerikanische Soldaten beigestorben. Ist doch keine Panzerschlacht soweit. Ist doch bei jedem Nebelunfall auf der A61 mehr los. Im ganzen Golfkrieg sind weniger amerikanische Soldaten gestorben, als in Chicago jedes Jahr Menschen auf offener Straße erschossen werden. Und die meisten sind auch von eigenen Kameraden erschossen worden. Alles wie zu Hause. Killed by friendly fire. Diesmal haben sie gar nicht mehr so getan, als wenn sie Gegner wären. Einfach reinmarschiert mit einer kleinen Armee. Einfach schnurstracks reinmarschiert. Das einzige Problem diesmal war der Nachschub. Die Benzinlaster kamen nicht schnell genug nach, um die Panzer zu betanken. Das war doch kein Krieg, meine Damen und Herren. Das war eine Bestrafungsaktion. Was war denn die große irakische Armee? Die haben Panzer von 1955. Die können den amerikanischen Panzer auf 500 Meter Entfernung zerstören. Die Amerikaner haben die neuesten Panzer. Die können den irakischen Panzer auf 1500 Meter oder 2 Kilometer Entfernung zerstören. Jetzt dürfen Sie mal raten, wer da gewinnt. Da können Sie auch Mike Tyson auf einen Dreijährigen loslassen und sagen, pass auf, der Kleine hat einen schweren linken Haken. Aber der Hussein hat ja die Massenvernichtungswaffen. Tony Blair hat gesagt, innerhalb von einer Dreiviertelstunde kann der alles fit machen und dann greift er die ganze Welt an Massenvernichtungswaffen überall im Irak. Ja, der Rote Ring um Bagdad. Können Sie sich noch erinnern? Teile des amerikanischen Propagandaministeriums hier. Der Rote Ring um Bagdad. Da hieß es, wenn wir jetzt davor stoßen, dann kommen die Giftgasangriffe. Der Hussein wird bis zur letzten Patrone kämpfen, der wird sich da verschanzen und nix ist gekommen. Nix, nicht mal eine kleine Giftgasgranate, gar nix. Wo sind die Massenvernichtungswaffen? Seit drei Monaten suchen die. Der Putin hat einen schönen Satz gesagt. Der hat gesagt, wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde welche finden. Und wo ist Saddam Hussein? Acht Doppelgänger, die hätten jede Woche einen finden müssen. Die Amerikaner haben den Hussein zweimal besiegt. Nur Papa Busch, der war damals noch clever. Ja sicher, der hat den Hussein an der Macht gelassen. Völlig geschwächt, Flugverbotsung im Norden, im Süden, totales Handelsembargo. Der saß da in seinem kleinen Restirak und durfte sich mit Sunniten, Schiiten und Kurden rumschlagen. Und der Papa Busch wusste ganz genau, ein Schurke im Wandschrank ist für eine Weltmacht eine prima Sache. So in der Hinterhand, super Sache. Wenn es zu Hause nicht so läuft. Wenn die Konjunktur nicht anspringt. Wenn die Praktikantin rumziegt. Man holt den Schurken aus dem Wandschrank, Batsch, 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 dann kommt der wieder weg. So auch jetzt, der Kampf gegen den Terrorismus ist militärisch nicht zu gewinnen. Das hat sich inzwischen wieder der letzte Hohlkopf eingesehen. Okay, Rumsfeld und Teile der CDU sind noch über. Militärisch kann man den Terrorismus nicht ausrotten. Die können nicht mal, oh sagen wir mal, den Laden fangen. Aber sie wussten ja noch, wo der Schurke im Wandschrank sitzt, ne? Da holen wir den immer wieder raus. Zack, 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 zack. Bloß jetzt geht der blöde W hin und macht den Wandschrank leer. Ja, jetzt stehen sie da. Wer ist jetzt schuld? Jetzt haben die Syrer Angst, dass sie in den Schrank müssen. Es geht doch um die Freiheit, meine Damen und Herren. Die Freiheit, Sie erinnern sich, Afghanistan war auch von den bösen Russen besetzt. Da haben die Amerikaner gesagt, der Russe muss da raus. Wer kann das für uns machen? Da haben die ja wieder einen sympathischen, jungen Mann gefunden. Osama Bin Laden. Die Amerikaner haben gesagt, Osama, du bist doch unser Mann. Du bist gläubiger Moslem, wir sind gläubiger Christen. Wir bekämpfen die gottlosen Russen gemeinsam. Osama Bin Laden ist finanziert worden, der ist ausgerüstet worden. Das waren keine afghanischen Freiheitskämpfer, die gegen die Russen gekämpft haben. Zumindest nicht größtenteils. Diese Mujahedin sind eine Erfindung der Amerikaner. Die Amerikaner haben 100.000 Söldner, fanatische junge Moslems, in den arabischen Ländern angeworben. Zum Teil in amerikanischen Terrorcamps ausgebildet und trainiert und dann nach Afghanistan gebracht. Und da haben die gegen die bösen Russen gekämpft. Zehn Jahre lang hat Osama Bin Laden gegen die Russen 15, und die Zahlen schwankelt, zwischen 15.000 und 50.000 tote russische Soldaten durch Terroranschläge Osama Bin Ladens. Waren doch Terroranschläge, oder? Die Kinder werden sie noch verklagen, weil die mit einem traumatisierten Vater aufwachsen müssen. Wenn aber so eine amerikanische Friedenskampfbombeerhaltungsstaffel in Afghanistan Patrouille fliegt und sagen wir mal, in einem afghanischen Bergdorf feiert jemand Hochzeit und es ist gute afghanische Tradition, bei der Hochzeit ein paar Salutschüsse abzulassen und es ist gute amerikanische Tradition, Salutschüsse sofort freundlich zu erwidern, dann sagt die amerikanische Regierung am nächsten Morgen mit Britney Spears und zahlt für jeden toten afghanischen Zivilisten 200 US-Dollar Entschädigung. Der offizielle Kurs für toten Afghanen sind 200 Dollar. Ich weiß nicht, was 100 Gramm schwarze Afghanen im Augenblick auf den Markt bringen. Aber Sie können mal überschlagen, wie viele Afghanen Sie abknallen können, bevor Sie einem Amerikaner heißen Kaffee über die Hose schicken. Bei uns war die Hölle los nach den Anschlägen. Der Kanzler oder jemand aus der Regierung rief, jetzt sind wir alle Amerikaner. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe schon Probleme genug, damit Deutscher zu sein. Applaus Dann kam das Geschwafel von der uneingeschränkten Solidarität. Und immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Merkel her. Sie hat wieder einen draufgesetzt. Angela Merkel, die in diesem Frühjahr versucht hat, Karriere als Buschzäpfchen zu machen. Applaus Sie hat kurz nach den Anschlägen damals auf einer Pressekonferenz wörtlich gesagt, Solidarität heißt im Zweifelsfall, zu allem bereit zu sein. Ja, Merkel, das bist du. Zu allem bereit und zu nichts in der Lage. Zu allem bereit. Ami, Befehl, ich folge dir, oder was? Früher hieß das Helm ab zum Gebet. Heute heißt es Hirn ab zur Solidarität. Das, meine Damen und Herren, ist das Schlimmste für mich überhaupt an der ganzen Situation. Al-Qaida, die grausamsten, die brutalsten, die perversesten Verbrecher aller Zeiten, treffen auf die dümmsten Politiker aller Zeiten. An der Spitze dieser amerikanische Präsident, ein Mann, der ohne Berater nicht mal eine Brezel essen kann. Wer steckt da wirklich hinter? Wer macht da in Amerika diese neue Weltmachtspolitik? Doch nicht der Busch. Der hat da von der Welt keinen Plan. Der war doch stocksauber, dass man Afghanistan nie mit Schiffen angreifen konnte. Der Busch ist die mit Abstand billigste Marionette, die die amerikanische Öl- und Rüstungsindustrie sich jemals als Präsident gehalten hat. Das ist eine Witzfigur. Die Amerikaner haben sich acht Monate lang schlapp gelacht nach der Wahl bei diesem neuen Präsidenten. Ein Clown aus der Provinz. Eine reine Witzfigur. Er wollte es ja einiger gar nicht werden. Nein, nein, er muss es werden. Er ist halt der Sohn der stinkreichen Dünn aus die Busch. Ein Soziologe aus Amerika schrieb, er hat die besten Schulen unseres Landes besucht. Es ist nichts bei ihm hängen geblieben. Seine Vorfahren, das waren starke Männer. Urgroßvater Busch, Prescott Busch. Kennen Sie den? Wissen Sie, wie der sein Geld gemacht hat? Der hat die Nazis mit Waffen versorgt. Wird offenbar der nächste Film von Michael Moore. Das ist The American Way of Life. Die verdienen an jedem Schurken auf der Welt zweimal. Die rüsten ihn immer erst auf und dann rüsten sie den wieder ab. Die Amerikaner sind wie ein Glaser, der nachts, als die Stadt läuft, Scheiben einschmeißt und am nächsten Morgen rumläuft und Hilfe anbietet. W wollte eigentlich in Ruhe gelassen werden. George W. Bush hat die ersten 35 Jahre seines Lebens eine schöne Karriere als Alkoholiker hingelegt. Dann haben sie ihn trocken gelegt, wenn die Familie Bush brauchte einen neuen Präsidentschaftskandidaten. Papa Bush hatte die Wiederwahl versemmelt. Es musste schneller ein neuer her. Eigentlich sollte der kleine Bruder Jepp, der sollte der nächste Präsident werden. Der ist cleverer als der W. Das ist der Gouverneur in Florida. Der hat da die Wahlen gefälscht. Aber umgekehrt wäre es ja auch gar nicht gegangen. W ist trockengelegt worden. Man hat einen Geschäftsmann aus ihm gemacht. Und die einzigen Geschäfte, die er je gemacht hat, erfolgreich sind Aktieninsidergeschäfte. George W. Bush ist ein Wirtschaftskrimineller. Nach heutigen Gesetzen selbst er im Gefängnis. Das wissen die Amerikaner auch, da laufen Klagen. Das wird nur Ewigkeiten dauern, bis die Unterlagen rausgerückt werden. Davon versucht der Bush abzulenken. Genauso wie von seinen ganzen Wirtschaftsproblemen. Amerika ist pleite. Der Mittelstand drohe, die Armut abzurutschen. Betrügerische Änderung pleite. 500.000 Amerikaner haben ihre komplette Altersvorsorge verloren. Das habe Kapitän Bush mit denen Geschäfte gemacht. Bis zuletzt. Davon müssen die ablenken. Da braucht man einen Feind von außen. Wenn das Volk frustriert ist, braucht man einen Feind von außen, um es zusammenzuschweißen. Das hat die Thatcher damals auch gemacht. Können Sie sich erinnern? Die hat England ruiniert und kurz vor ihrem Sturz den Falklandkrieg angezettelt. Eine Insel mit zwei Türmen und vier Schafen. Und das ist das, was Hertha Dabler Gremlin damals an dem Abend versucht hat zu erklären. Hertha Dabler Gremlin hat gesagt, ich habe die immer so genannt, vom ersten Tag an. Hertha Dabler Gremlin hat gesagt, der Bush versucht abzulecken von innenpolitischen Schwierigkeiten. Das hat die Thatcher auch gemacht, der Vergleich mit Hitler. Der war natürlich Schwachsinn. Mann, Mann Hertha, hast doch kein Hitler, der Bush. Und es musste damit gerechnet werden, dass einer den Bush erklären würde, wer Hitler war. Viel schlimmer fand ich, wie Hertha Dabler Gremlin drei Tage später versucht hat, ihren Job zu retten. Da saßt er auf der Bush- Die Leute fragen, was erreicht ihr mit dem Kabarett? Ja, was erreichen wir? 16 Jahre lang haben wir Kabarett gegen Kohl gemacht. Zur Belohnung haben wir Schröder gekriegt. Ist das jetzt das kleinere oder nur das dünnere Übel? Bei Joschka Fischer war es noch schlimmer. Je dünner er wurde, desto dicker wurde das Übel. Aber man gewöhnt sich ja an vieles, meine Damen und Herren. Auch Sie haben sich sicher an die neue Zeitrechnung auf der Welt gewöhnt. Früher teilten wir die Welt doch ein in vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Und jetzt teilen wir die Welt ein in vor den Anschlägen und nach den Anschlägen. Allein dieses Datum, eingegraben ins kollektive Gedächtnis der Menschheit, den Jahrestag haben wir gerade begehen müssen. Wer kann den Tag jemals vergessen? Der 11. September, ein Dienstag. Der 11. September 1973. Ja, es war auch ein Dienstag, ja. Am 11. September 1973, da wurde Salvador Allende, der im Gegensatz zu Bush demokratisch gewählte Präsident Chiles, der wurde mithilfe einer amerikanischen Terrororganisation namens CIA aus dem Amt geputscht. 3000 tote chilenische Demokraten, unschuldige Menschen, der damalige Osama Bin Laden hieß Henry Kissinger, bis heute nicht ergriffen, außer von sich selber. Ersetzt wurde Salvador Allende durch eine amerikafreundliche, faschistische Militärregierung unter Leitung von Augusto Pinochet, ein ausgewiesener Menschenrechtsexperte. Ja, die Amerikaner hatten bei der Auswahl ihrer Stadthalter immer ein geschicktes Händchen. Man kann das nicht anders sagen. Aber ich spüre ja auch hier schon wieder, wie die Kälte auf die Bühne gekrabbelt kommt. Ich weiß, ich weiß, ich habe es auch gelesen. Der Kanzler hat es sogar gesagt. Wir sollen nicht in einen oberflächlichen Anti-Amerikanismus abgleiten. Aber meiner ist gar nicht oberflächlich. Ich habe da auch gar nichts gegen Amerika. Ein wunderschönes Land. Das Problem sind die Menschen, die da leben. Die Gemütsverfassung des Durchschnittsamerikaners jedenfalls ist mit naiv sehr wohlwollend umschrieben. Von der Welt wissen die meisten Amerikaner nicht sehr viel. Viele wissen überhaupt nur eins von der Welt. Wir sind die Guten. Und das ist eine schöne Sache, denn es geht nicht so weit. Einfaches Weltbild, das kennen Sie noch aus den Zeiten des Feminismus. Wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag Struktur. Für die Amerikaner war die Welt jahrzehntelang klar überschaubar. Das Reich des Bösen lag am Osten, die Sowjetunion, der Kommunismus. Das wurde bekämpft. Man hat Bollwerk errichtet auf der ganzen Welt gegen den Kommunismus. Zum Beispiel damals in Persien. Heute ist das der Iran. Da hat man ein Bollwerk errichtet. Man hat einen sympathischen, talentierten, jungen Diktator. Den Schar von Persien so lange aufgerüstet, bis der mir die viertgrößte Armee der Welt zum damaligen Zeitpunkt verfügte, als Bollwerk gegen den Kommunismus. Um die Armee finanzieren zu können, hat der Schar von Persien in guter amerikanischer Menschenrechtstradition seine eigene Bevölkerung dermaßen unterdrückt geknechtet und ausgebeutet, dass die verzweifelten Perser sich eines Tages hinter einen religiösen Führer gescharrt haben, um diesen Diktator loszuwerden. Der religiöse Führer hieß Ayatollah Khomeini. Sie, da ist jetzt sympathisch nicht das Wort der Wahl. Sie spüren aber schon, wie verzweifelt die Perser gewesen sein müssen. Oder ahnen Sie das Ausmaß an Verzweiflung, das notwendig wäre, dass Sie sich hinter den Papst stellen, um unsere Regierung loszuwerden. Bleiben wir realistisch, die Verzweiflung der Deutschen war nicht mal groß genug, um sich hinter Edmund Stoiber zu stellen. Zurück zu den iranischen Ayatollah. Sie können über Khomeini sagen, was Sie wollen. Der Mann hat eine friedliche Revolution organisiert, da ist kein Schuss gefallen. Die verzweifelten Perser sind zu Millionen auf die Straße gegangen, haben demonstriert. Die viertgrößte Armee der Welt hat keinen Schuss abgegeben. Wir sind in die Kasernen zurück und der Schar von Persen, zum damaligen Zeitpunkt, einer der mächtigsten Diktatoren der Region, musste fliehen. Mit Fahrradiba, Paköffer Schöffer Kohle, ab ins Exil. So viel zum Thema, wie kann man so einen brutalen, mächtigen Diktator überhaupt loswerden. Heutige Diktaturexperten wie Angela Merkel sehen das natürlich anders, meine Damen und Herren. Angela Merkel zitiere ich immer nur wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, Sie zu beleidigen. Angela Merkel hat vor dem Irak-Krieg gesagt, ich habe in einer Diktatur gelebt. Ich weiß, Diktatoren sprechen nur die Sprache der Gewalt. Und da habe ich mich geschämt. Ja, ehrlich, wir hätten doch wenigstens versuchen müssen, die DDR gewaltsam zu befreien. Mit ein bisschen Glück wäre uns die Merkel als Kollateralschaden erspart geblieben. Ja, diese Frau sagt inhaltlich nicht viel, aber wenn sie was sagt, dann ist sie doch nichts. Dann Thema Rente, hat sie auch mal aus dem Fenster gehängt. Hat sie gesagt, die Kinderlosen sollen weniger Rente kriegen. Super Idee, klar, ist doch logisch. Am besten gar keine Rente. Wenn sie nicht die Mühe macht, die nächste Generation...